In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie aus Ihrem normalen Linux Mint Cinnamon Screen einen OSX Screen machen können. Das heißt, wir werden das Design von OSX nachahmen. Das ist ganz einfach, weil ich finde, dass das Design von OSX wirklich umwerfend ist und es ist unbestreitbar. Ob Apple wirklich gute Betriebssysteme beschreibt, weiß ich nicht. Ich habe es nie getestet, allerdings das Design finde ich wirklich Hammer. Und deswegen hier ein Tutorial, wie wir das Design auf unserem Cinnamon Screen anwenden können. So, als erstes ist es wichtig, wir haben die Leiste oben. Das heißt, wir wählen hier die Leiste an und klicken auf Leisteneinstellungen. Hier können wir nun anwählen, dass die Leiste oben ist. Das wird erst angewandt, nachdem wir Cinnamon neu starten. Das heißt, wir melden uns ab und noch mal an. Und ich mache einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns wieder. Und schon sehen wir, dass die Leiste oben angebracht ist. So, als nächstes ändern wir den Hintergrund. Dafür habe ich eine ZIP-Datei heruntergeladen. Der Link dazu natürlich in der Beschreibung. Und ja, hier sehen wir Ubuntu Wallpapers. Und hier ein Haufen Wallpaper. Ich nehme jetzt den, der sieht für mich persönlich am schönsten aus. Wir wählen das Hintergrund festlegen. Und schon sieht das Ganze so aus. Als nächstes installieren wir Docky. Docky ist, wie der Name schon sagt, ein Dock. Das werden wir jetzt gleich sehen, was Docky macht. Wir sollten es vielleicht richtig schreiben. Die Installationsbefehle befinden sich in der Beschreibung. Das hier ist Docky. Ich habe jetzt bereits ein paar Programme hinzugefügt. Und das entsprechende OSX-Theme. Das habe ich auch bereits hier heruntergeladen. Gehen wir nochmal in den Download-Ordner. Hier sehen wir die verschiedenen Dateien. Das ist Mac aus Lion. Docky. Dieses könnt ihr auswählen. Rechtsklick Einstellungen. Und hier schimpft sich das Ganze als Bui, i, Dock. Das wählen wir an. 3D Hintergrund ist wichtig. Ansonsten sieht das Ganze so aus. Nicht sehr nach Apple. Also hier nehmen wir das. Die Vergrößerung, die Symbolgröße kann man nach eigenem Ermessen auswählen. Mir gefällt es so am schönsten. So. Das sieht sehr nach Apple aus. Meines Erachtens nach. Und jetzt sieht es allgemein schon sehr Apple-ig aus. Allerdings ein paar Sachen gibt es natürlich noch zu ändern. So. Als nächstes ändern wir in das Theme direkt. Unter Themen habe ich auch per Befehl das Theme runtergeladen. Hier heißt es Mac 2.0. Das wählen wir aus. Und jetzt sieht unsere Leiste hier oben so aus. Das sieht ganz Mac-ig aus. Wobei noch ein paar Sachen hier oben an der Leiste fehlen. Beziehungsweise zu viele sind. Das hier alles braucht kein Mensch. Zumindest nicht in Apple. Der Panel Launcher wird schon mal hier entfernt. Das waren die Icons hier oben. Dann. Was brauchen wir noch? Nicht Show Desktop. Hauen wir weg. Gibt es in Apple auch nicht. Und letztendlich sogar auch noch. Muss ich suchen. Wo ist es denn? Die Window List. So. Jetzt passt die Leiste oben. Das Logo bleibt. Als nächstes ändern wir noch das Icon Theme. Mit dem Rechtsklick. Themen. Andere Einstellungen. Symbole. Da wählen wir Ubuntu OS X aus. Ebenfalls heruntergeladen. Das lässt das Ganze so aussehen. Finde ich sehr passend. Die Steuerung. Ähm. Ja, was ist jetzt die Steuerung? Keine Ahnung. Ähm. Ja, das sind ja so. Ah, das ist so hier. Ich nehme hier das. Das gefällt mir am besten. Suki-Mac. So. Fensterrahmen wählen wir. Ähm. Bunto. Suki-Mac aus. Jetzt haben wir hier das noch. Den Mauszeiger setzen wir auf Mac Cursors. Haben wir den. Wir können auch. Den aus Black auswählen. Aber diese Einstellungen sind jedem selbst überlassen. Zu guter Letzt müssen wir noch die Icons hier oben auf die andere Seite verschieben. Da das bei Apple genauso ist. Dazu wählen wir in den Systemeinstellungen Fenster aus. Und wählen hier Titel, ähm, Leistenknöpfe linke Seite. Schließen. Vergrößern. Ne. Verkleinern. Und vergrößern. Aus. Nun haben wir praktisch ein Linux Mint Cinnamon im Stil von OS X. Also der Grund des Ganzen ist, also ich finde das System an sich von Apple, wie gesagt, ich hab's noch nicht probiert. Ich weiß nicht wie es ist. Allerdings das Design ist wirklich sehr cool. Und natürlich, man möchte dieses Design natürlich haben. Allerdings bin ich dafür nicht bereit, 1000 Euro zu zahlen. Die man sicherlich benötigt, wenn man sich ein Macbook oder ähnliches kaufen möchte. Deswegen, das Design ist im Groben wirklich dasselbe. Es gibt Feinheiten, die sind anders. Aber ich glaube, auf die kann man getrost verzichten. Und ich finde, es sieht schön aus und es ist auch mal gut, ein Freund oder was zu sagen, hey, ich hab hier Apple drauf und für einen kleinen Spaß ist es hier auch mal gut. Gut, ich hoffe, ich konnte mit diesem Video weiterhelfen. Vielleicht wäre es schön, wenn man mich abonnieren würde. Ich bin eh schon total zufrieden. 11 Abonnenten inzwischen mehr, als ich gedacht hab mit den 4 Videos. Und ja, inzwischen auch im Gesamten über 350 Klicks. Ich bin mir sicher, es wird noch mehr pro Video. Allerdings ist er schon mal ganz gut für den Anfang. Und also ich finde es wirklich gut, dass mich so viele unterstützen. Und bevor ich jetzt noch lange rumlabere und euch eure Zeit verschwindet, sage ich einfach vielen Dank und bis zum nächsten Video. und bis zum nächsten Video.